Sailor Moon? Hatte Sailor Moon? Ne, da weiß ich es auch nicht. Würde ich wahrscheinlich erkennen, wenn ich es wieder höre, aber bei Sailor Moon habe ich immer nur darauf gewartet, dass sie sich verwandelt, damit man sie nackt sieht. Teenage Mutant Hero Turd, it's Teenage Mutant Hero Turd, it's immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Und wie ging es dann nun? Raphael kommt cool. Leonardo geht ran. Spinter haut das Licht weg. Leonardo kämpft nach Donatellos Plan. Auf die Schnelle immer helle. Und wird's auch manchmal knapp. Die Turdel-Jungs machen niemals schlapp. Hey, jetzt kommen die Hero Turdits. Super stark, der Hero Turdits. Irgendwie so. Ja, ich glaube, das war's. Soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem Singen. Jetzt haben wir alle ein bisschen irgendwie was bekommen. Vielleicht noch Chichichip und Schäpp. Ritter des Rechts. Chichichip und Schäpp. Wir lösen jeden Fall, was wir auch tun. Das Böse hat die Zeit, sich auszuruhen. 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 Das Böse hat die Zeit, sich auszuruhen.